Was ist ein Agro-Ökosystem? Ein Agro-Ökosystem ist ein offenes System und dadurch gekennzeichnet, dass Energie, Stoff und auch Informationsflüsse durch es hindurch fließen. Dadurch befindet es sich in einem dynamischen Gleichgewicht. Ein hoher Anteil der Einflussfaktoren auf so ein Agro-Ökosystem ist anthropogen, also vom Menschen gemacht. So hebt der Mensch unter anderem temporär oder langfristig den Nährstoffzustand von Landschaftsausschnitten an. Die Größe moderner Felder sorgt für eine homogene, leicht bearbeitbare Nutzfläche und zeigt ein hohes Maß an Monotonie. Wenn im Agro-Ökosystem die Systemelemente bandartig oder kleinflächig verteilt sind, kommt ihm auch besondere Biotop-Bedeutung in Kulturlandschaften zu. Auch durch gezielte Regulationsmaßnahmen können Kulturpflanzenbestände unter hoher Energiezufuhr erhalten werden. Durch sein ständiges Eingreifen sorgt der Mensch außerdem für eine regelmäßige, oft langanhaltende Störung der Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Teilen der Natur. Vier Zustandsvariable beschreiben das Agro-Ökosystem. Die physikalische Zustandsvariable setzt sich zusammen aus der Bestands- und Bodentemperatur, dem Wassergehalt und der Wasserspannung des Bodens. Die physikochemische Zustandsvariable beinhaltet den Gehalt des Bodens an Nitraten und Ammonium, Kohlendioxid, Kohlenstoff, weitere Nährstoffe und der Pestizidkonzentration. Auch der pH-Wert spielt eine Rolle. Die biologische Zustandsvariable besteht aus der Artenzahl generell, der Populationsdichte von Schaderregern und deren Entwicklungsstadien, sowie der mikrobiellen Aktivität und Biomasse, als auch dem Unkrautdeckungsgrad, dem Blattflächenindex, das ist die Blattfläche pro Quadratmeter Grundfläche, dem Samenpotenzial der Ackerbegleitflora und der Biomasse der Kulturpflanze selbst. Außerdem gibt es noch eine Umweltvariable, die folgendes einschließt. In einem natürlichen Ökosystem ernähren sich Pflanzen primär von Nährsalzen, die zum einen von nitrifikanten, das können stickstofffixierende Bakterien sein, zum anderen von diversen Destruenten zur Verfügung gestellt werden. Die Destruenten wiederum ernähren sich vom Bestandsabfall, den die Pflanze abgibt, wenn sie abstirbt. Dieser Bestandsabfall wird auch von vielen Bodentieren verwertet. Oft stellen diese erst die Ernährungsgrundlage für die Destruenten her. Von den noch lebendigen Pflanzen wiederum ernähren sich parasitische Pilze und pflanzenfressende Tiere. Von den Pflanzenfressern ernähren sich die Raubtiere und alle drei liefern mit ihrem Tod am Ende wieder Bestandsabfälle, die zu Nährsalzen umgewandelt wieder die Pflanzen wachsen lassen. Im Agroökosystem wird schon bei den Pflanzen in Nutzpflanzen und Unkraut unterschieden. Da Unkraut den Ertrag mindert, wird das Feld mit Herbiziden behandelt. Außerdem mit der Nutzpflanze um Ressourcen konkurrierenden Unkraut wird der Ertrag auch durch Tierfraß und parasitische Pilze gemindert. Gegen die Pilze setzt man Fungizide ein. Eine weitere Methode dagegen ist die Saatgutbeizung, wo die Saat vor dem Aufbringen mit dem passenden Pflanzenschutzmittel behandelt wird. Sie wird auch neben der klassischen Insektizidausbringung gegen tierische Schädlinge verwendet. Diese Pflanzenschutzmittel haften aber auch auf der Nutzpflanze an und so nimmt der Mensch und seine Nutztiere mit der Aufnahme der Nutzpflanze auch das Pflanzenschutzmittel in sich auf. Auch die Nährstoffsituation des Bodens wird anthropogen beeinflusst. Gegen zu viel Stickstoff im Boden werden Nitrifikationshemmer eingesetzt. Beim Mangel an Stickstoff, Phosphor und sonstigen Nährsalzen wird gedüngt. Durch die Pflanzenschutzmittel und die intensive Bewirtschaftung allgemein ist auch oft die Grundlage für den normalen Stoffkreislauf nicht mehr gegeben. Denn die Pflanzenschutzmittel greifen oft auch die Bohnentiere und sonstige Destruenten an, die durch die Ernte außerdem vergleichsweise wenig verwertbare Bestandsabfälle bekommen. Durch die Bearbeitung des Ackers mit immer schwereren Maschinen verdichtet sich außerdem der Boden so stark, dass der Boden für die Bodenorganismen nicht mehr passierbar ist.